ja herr willkommen mein name ist dann über die ursprung zurück zuletzt später in der letzten folge haben wir versucht informationen über die katz herauszubekommen und die turtles oder das katzdorf ja genau das war es und haben ich glaube zwei oder drei bosse erlegt das war erst vorgestern und ich habe schon jetzt wieder vergessen ich habe keine trainings einlage gemacht ich glaube das werde ich in zukunft nicht mehr so aufmachen also meine erfahrung mit den tels auf spielen ist dass man so auf level 65 ungefähr so beim finalen boss ist da ich jetzt allerdings einen höheren schwierigkeitsgrad spiele und es mir noch nicht jetzt so danach aussieht dass wir vorm endkampf sind glaube ich doch noch ein bisschen weitergeht aber gucken vielleicht ist meine theorie richtig dort wegen jetzt auf nach logren da ist auch nicht dahin in der richtung und guck mal was die story noch so bringt nimm fest wo kommst du her jetzt über 3000 ap knapp aber trotzdem in planze sehr gut 500 herr so war ein mystikarzt hier sind nicht so gut verdient hält doch bei sich doch besser ist aber nicht nur bei dem spiel im fall ich habe immer wieder schwarze klamotten gegeben weil die damit viel süßer aussieht sorgt wollte erst mal wieder in normalen klamotten gehen aber ich bin verstreuten knochenklamotten stehen gut ich bin ja falsch ehrlich ich dachte ich war richtig ich bin sogar der lot gegangen erste dinge weit oder herr müsste gar bitte danach kann ich auch einsetzen stimmt das sind ja vier angriffe 12 der dritte und eine vierte kann ich auch in einer nacken stimmen war so dass ich jetzt mal bemerkt habe ich habe vier angriff über aus holen warum experimenter falsch gegangen ich wollte eigentlich gar nicht kämpfe ich wollte den speichern da wir nutzen zum teleportieren aber hat nicht so geklappt meins mann kann niemals so stark sein so gut dann gehen wir noch mal war doch richtig warum für uns hatten zu erdingen ach so der richtung ich gehe unten lassen wir sind weniger gegner lecker mio ag aber nicht mich denn nicht dahin teleportieren er ist so doof wir müssen jetzt eigentlich alicia wieder bekommen oder weil in login kann man glaube ich schleifen kaufen und sie kann nur lisa tragen kommt schon bitte deswegen nicht rose rauskippen oder so ne leute leute irgendwie sind wir komisch geregelt bis jetzt wir sind dafür spreche punkte merke ich gerade jetzt müssen wir noch meinen weg dahin ratschen also war schon mal hingegangen ich war monster unter das ganze gebiet hier bei mir laufen auch riesige monster um weiter mal mit dem projekt weitermachen aber seit ich habe beendet habe kein einziges mal wieder gespielt dann wollen die ganz starken fischer auch noch erledigen aber daraus wird irgendwie nix so du bist eine gold ich brauche unbedingt irgendwann mal den goldschüssel ich habe einen bock jetzt immer so golddinger mit bronze und verwechseln und vom weiten sehen die halt so aus wenn ich dahin merke als der goldschüssel ganz weg hier umsonsten geladen würde ich gerne mein goldschüssel haben habe ich alles öffnen kann und wer du siehst mich ja er hat mich gesehen ich sehe noch eine karte wieder mich verfolgt hatte haus und trägt krasen ich habe noch verkauft obwohl nur ein weg da ist ich weiß lasst mich ja ich weiß ist einer hat mich schon wieder gesehen so und den habe ich nicht abgegeben glaube ich er ist noch hinter mir ich dachte ich bin abgängig wo bin ich hier hier auf sich hier dass halb 5 mehr 4 nicht 0 0 방 die einzigen jetzt durchgehend hier als party mitglieder sind sind ja leider mit leon etna groß diesel beziehungsweise zur welt sind immer gewechselt oder alicia natürlich deswegen von die mystiker die jetzt wahrscheinlich sich nur auf die beziehende hier möchte ich auch mal irgendwann installieren sollte ich vielleicht mal ich habe die ja ich habe ihn noch nicht aktiviert ich vergesse total einer kollektor zu büchen dabei hat sie direkt da so Ich bin ein wenig, was ich hier nicht zu tun. Aber ich bin nur ein wenig, wie ich mich als eine Person, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich für den Weg in der Lage bin. Vielleicht... Vielleicht... Ich weiß, was du das? Was ist das? Ich sage, dass du das. Ich weiß nicht. Der Mensch ist jetzt der Kateribe. Kateribe? Das war's für mich. Liebel zu einem Motivate? Er war mal ein Hirte, oder? Schätze ich. Äh, jetzt haben wir voll viele Dinge ans. Jetzt sind Sperlingsfehler gut, okay. Oh, da haben wir eine. Ich muss jetzt Geschichten erzähler der Zeit. Ich weiß nicht. Das ist eine Chuchwein. Sie hatten auch Maiven. Das ist ein Chuchwein. Das ist eine Chuchwein. Dann haben wir uns zacken. Ich weiß nicht, ob ich es sind. Ich weiß nicht, ob ich es lange in der Leitungen. Es gibt doch auch, was ich. Es gibt auch ein Tablet. ja habt ihr ruhig eure geheimnisse ist ja nicht so als würden leute und so sterbende leute hintergangen werden so nanda so nanda die kenne ich gar nicht da waren wir noch nicht dann kommen jetzt hier in den turm reingehen war das eine katze ist eine katze wenn mich zum katzdorf und das ist der katzen haben was damit zu tun verdammt okay jetzt eine katze weiß auf jeden fall schon war ja das habe ich auch schon früher gefunden eine seltsame volkskunst das ist das ist doch schon so Ich glaube, es ist eine Art von den Menschen und den Menschen, die man mit den Menschen beschäftigt. Hey, hey, du bist so richtig zu denken. Aber ich habe eine gewisse Art von Ihnen gemacht. Ich glaube, es hat einen Sinn gemacht. Ich glaube. Aber ich glaube, dass die Menschen in den Menschen, die in den Menschen sind. Ich glaube, dass die Menschen, die in den Menschen, die in den Menschen sind. SDG Papa Ich habe Oops Ich habe Ha ha ha... ... es gibt ein bisschen... ... ein bisschen... ... es gibt natürlich keine Ahnung... ... aber es gibt keine Ahnung... ... oder Hexel, wie wichtig... ... und zwar... ... und das ist ein bisschen... ... das Gefühl der Eidon... ... und dann. ... und dann ist es doch auch... ... dass er wirklich artikel ist... ... und das ist doch sehr... ... was ist... Lassen wir ihn einfach interpretieren hier. Lassen wir ihn dann mit Spaß. So, ich mach mal gucken, ob ich in den Turm hier rein kann. Das ist eine Goldruhe, ich fall nicht drauf rein. Das ist eine Goldruhe. Ha! Könnte mich machen. Okay. Ja, sein hat sich hier irgendetwas geändert hat, nachdem wir noch nicht... Nehmen wir jetzt offiziell hier denn okay. AG, dann, weil sie nicht... Gehen wir... Warte mal... Äh... Sollten sie lieber... Unsere Leute sind nicht einfach nur ein paar schwertschwingende Gauner. Sie sind Hauptakteur der Politik des Reiches. Ja, gehen wir nach Pendrago. Weil wir waren ja nur vor kurzem da. Also, warum nicht erst... Warte mal, der Seraph, wo ist er? Ich kann mal wegen den Katzdorf hier befragen. Es ist vielleicht mal ein Gericht, aber angeblich können Katzen sich in echte Katzen verwandeln. Zumindest habe ich das Gericht vor lange Zeit mal gehört, aber keine Ahnung, ob es stimmt. Ja, hier... Ist eine echte Katze. Ist eine echte Katze. Ich weiß es. Okay, wenigstens haben wir hier so einen Anhaltspunkt direkt etwa hier weiter können. Was gibt es noch hier? Beispiel... Bestimmten die Pendrago. Okay. Zwei Sachen, die sagen, dass wir nach Pendrago sollen, gehen wir nach Pendrago. jetzt sind hier den ganzer wohnen seit wann werden der sterne angezeigt wenn ich mich dahin teleport hier vorher nicht so ja wir haben trainiert wahrscheinlich in der nähe des turms was mal direkt ganz roter lavendel stimmt mit heilmittel kann man ja auch den ganz herstellen schon bei sieben dauert noch lange bis hat auch gelevelt ist jetzt falsch von der karte schon wieder verwirren da war der erste kurzen im penderau deswegen wundere ich mich warum hier nicht die ganzen kräuter nachgewachsen sind dann fährt mir ein ach ja da für den großen platz wahrscheinlich zum retter tun dann warum nicht direkt letzten tagen gab es ein richtig flut von morgen die verwandten sind in heller aufruhr erlaubt waren arme menschen das land muss sich eine periode instabilität stellen das werden die einfach nicht mitmachen sie wissen dass alle wollen nach einem der dunkelheit für wurden aber sonst gibt es keine anhaltspunkte ich will nachts nicht mehr rausgehen man weiß einfach nicht was passiert weißt du okay ich hab schon wieder einen anhaltspunkt so Hortons-Sukikyo ist noch nicht in der Anfragen. Die Kisten sind nicht genug genug. Aber auch Menschen. Sie müssen die Mühelle nicht verletzen. Ich habe keine Angst, dass ich nicht verletzen kann. Sie sind nicht verletzend. Sie müssen das nicht verletzen. Nein. wir haben nichts besser zu tun wir sind ja schon mal etwa nachts hier um eiern müssen aber wir haben letztes mal wir wissen dass die vier immer nachts passieren was sie auch nicht verstehe ist wieso sie immer noch keinen einzigen haben wir doch aber doch kein einzigen hinweis meine gut wir wissen dass die nachts auf wir suchen also guckt euch nachts um das heißt die sorte wäre nicht aus der westungsluft zurückgekehrt ich finde dass sie durch dass er nach irresten gesucht hat wenn man sich unauffällig fällt kann man mit ehrlicher harte arbeit genug geld verdienen zuerst speichern war und dann gehen wir übernachten und dann sind der folge halt jetzt sehr gut aber wenn er sowieso folge hat ja auch ihr beiden typen ihr habt uns ihr habt ihr seid mehr oder weniger daran schultert diesel tot ist ich glaube das sollte ihre steiner ihre steine verkauft ist zur westungsluft abgauern seitdem habe ich hier nichts mehr von ihnen gehört ihr habt den tod von diesel auf gewissen aber sowas von wahrscheinlich wartet hier im boss oder so ne mit bossen abwägen letzter zeit nicht so viele probleme finde ich also kann euch welche kommen ich sollte vielleicht mal trinke des lebens wieder kaufen schon wieder einige verpasste steaks genau ich viel geld aus hallo und das ding schlau auf maximo mir bringt wahrscheinlich auch irgendwas wenn ich mich theoretisch jetzt noch weg porten ich glaube ja was wahrscheinlich passieren wird das hast du vorhin schon gesagt okay wir wissen es was irgendwie in verdacht hat irgendwas los ist ich wollte schon machen jetzt verdammt ich wollte irgendwas machen ich weiß nicht mehr was man glaube ich wichtig weil ich gerade ich habe keine idee wenn man wollte ich noch machen ja aber glaube ich wichtig ja auf jeden fall ein gericht gleich rein pfeifen haben die werden irgendwann ja auch weniger weil ich habe schon auf 35 level also werde ich wahrscheinlich aus dass wir nicht mehr so viel davon benutzen okay wir nutzen ein dinge auch ich bleibe art verteidung und wir haben viele davon also kommen und okay gut denn schnapp ich mir gut gemacht glaube ich gut gemacht glaube ich beten beten oh 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 du oh 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 ich wollte die titel nach und genau oder da sind glaube ich okay ja Ich glaube nicht, dass bei einer abkommen. Dummheit! Ich bin schon wieder diese komische Kamerafahrt. Ich habe mich zu einem anderen Teil, die ich selber machen. Das ist ein Geist, aber ich habe keine Probleme. Ich weiß es, dass du dein弟, den Pforton-Suski-Porten zu haben, als Erwin zurückgezogen wurde. Oh Gott. Du bist ein Mensch, die in der Kirche befestigt, der ein schlechtes Mensch. Ich bin derjenige, was mir nicht gefällt bei diesen Kamerafahrten. Man sieht einfach nicht die Mimik der Charaktere. Man sieht immer nur alles vom Weiten. Das stört irgendwie. Da, so ist gut. Aber immer so einen Kilometer weit entfernt, die Szenen zu zeigen, ist irgendwie langweilig. Das sieht langweilig aus, ehrlich gesagt. Oh, und ihre Stein. Grüneire Stein. C4. Der General hat ein Kind, aber es ist kein Mensch, das gibt. Und da stößt er einen Schreiter Verzweiflung aus. Okay. Okay. Was? Merkwürdig. Hachik? 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 Höchst du, Laira? Hachik? 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 Der Der Erf ist eine Geschichte, die in der Vergangenheit erzeitlich eingebaut. Die Geschichte? Ja, das ist das einfach nur ein Verhalten. Ich möchte nicht nur ein Verhalten. Ich kann nicht nur ein Verhalten. Hjohmaka-Ten-Zoku haben sich eine Gelegenheit mit dem Menschen gebetet? Das ist wohl, dass ich das Gelegenheit habe. Es ist ein Verhalten, was ich nicht. Ich sage nicht, wenn ich mich nicht, was ich gebetet habe. Aber es geht uns nicht um Krankenhaus! dann kann ich ein paar tier beenden und müssen wir ja überhaupt noch was machen was ich okay wie du hast ja wenn man es überhaupt hier porten okay das heißt hier muss noch irgendwas passieren also deswegen kann man auch hier noch nicht machen aber ich speichere jetzt erstmal ihr und während monster oder so kommt und wir sehen uns dann in der nächsten folge von der spiel ist auf system ja ich glaube ich alles ich will zuschauen sage tschüss bis zur nächsten folge